Hier können wir den 3-storey-to-bicycle-flat sehen. Es ist eine Parking-Garage für 2,500 Bicycles. Das ist in sufficient capacity, denn 9,500 Bicycles sind während der Central Station daily. At the moment, work ist hart in progress in creating more parking possibilities under the station. Amsterdam erlebte seine 1. Mützezeit im 17. Jahrhundert. Daher wird dieses Jahrhundert das Goldene Zeitalter genannt. Amsterdam war zu der Zeit der wichtigste internationale Hafen- und Handelsstadt. Die Schiffe fuhren in den damals gerade erst entdeckten fernen Osten und kamen voll benahmend mit Gewürzen, Porzellanen, Edelsteinen und Stoffen zurück. Amsterdam first really flourished in the 17th century, the so-called Golden Age. At that time, Amsterdam was the most important international harbour and trade city. Ships returned from those leaders coming to Far East for the loading of Spices, Porzell, Russian Stones, and Textile. When the ship in the vereigneten Bosnien- und Handelsstadt in der Landeis- und Handelskampen wurden die Wagen auf Kleidung und die Unterlagen und in die E-Klasse in die Stadt gebracht. Dort wurden Helden- und Handelskampen und der Speicherhäuser der Korb- und Handelskampen der Korb- und Handelskampen